Liebe Leute, ich möchte euch heute zur EM 2024 etwas Neues präsentieren. Das ist eine grandiose Idee, ich kann es euch versprechen. Die Mannschaft im Weiß macht Druck. Im 16-Meter-Raum ein genialer Pass zum Mittelstürmer, der zählt Schrebi auf das gegnerische Torrennen. Wie abwehrlich ausgespielt und da ein grobes Foul. Der Schiri pfeift ohne zu zögern. In der Zeitlupe ist klar zu erkennen, es gibt einen Elfmeter. Der Spieler geht zum Elfmeterpunkt und legt sich den Ball nach. Doch der Ball bleibt nicht liegen, die Nerven liegen blank, weil es auch beim zweiten Mal nicht geklappt hat. Da nimmt er den Ball in die Hand und überlegt. So eine Dramatik, das hat es noch gar nie gegeben. An das hat bisher noch keiner gedacht. Voller Stolz präsentiert er seine super Idee. Auch der Schiri ist begeistert. Jetzt kommt der große Moment. Der Ball liegt sauber auf dem Elfmeterpunkt. Der Spieler läuft an und schießt ins rechte Lattekreis. Tor, Tor, Tor. Eine grandiose Idee, die ab sofort bei der Nationalmannschaft zum Einsatz kommt. So werden sie dieses Jahr ganz sicher 100% Europameister.